Wir sind JBL! Hallo zusammen bei Philipp und bei Polymechaniker im ersten Lehrjahr bei JBL. JBL ist ein internationales Unternehmen mit weltweit mehr als 200'000 Mitarbeiter an 29 Standorten. Komm mit, ich zeige dir einen kleinen Einblick in meinen beruflichen Alltag. Lege die Schutzbrille an. Safety first! Während der 2-jährigen Grundausbildung lernen wir zuerst, wie man Werkstücke manuell und konventionell an Werkzeugmaschinen fertigt. Wir lernen auch, wie man Teile misst und prüft oder die Baugruppe montiert und in Betrieb nimmt. Hey, was viele nicht wissen, sind ja auch Frauen in diesem Beruf zu retten. Es braucht nicht nur Kraft, sondern auch Köpfe. Ich bin Jasmin, ich bin jetzt im 3. Lehrjahr als Polymechanikerin. Eine gute Stimmung untereinander und eine gesunde Unternehmenskultur ist JBL wichtig. Bei JBL lernen wir schon in der Grundausbildung, die CNC-Maschine zu programmieren und darauf Teile zu fertigen. In der Schweiz bilden JBL über 100 Lernende aus. Unter den Lernenden haben wir ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Wir gehen sogar zusammen in ein Lehrlingslager. Jetzt war ein Einblick in meinen Berufsautagen als Polymechanikerin. Hat es dir gefallen? Dann bewirkt mich doch bei JBL.